Was sind deine Redflex? Was ist dein Redflex, Bruder? Wenn sie größer ist, kleiner als ich ist. Blinded hier am Alexanderplatz. Heute bin ich mit... Vera. Hassan. Okay, was ist deine Frage an Sie, Bruder? Wie alt ist sie? Ich bin 14. 14. Landsfrau. Russin. Oh, Russen, Bruder. Wie groß ist sie? Wie groß? 1,64. 64, Bruder. Bodycount. Null. Null, Bruder, stark. Gar keine Fragen mehr. Okay, was ist deine Frage an ihm? Okay, wie groß ist er? 71. 71. 71. Äh, wie alt ist er? 17. Oh, 17. Stark. Was sind deine Redflex? Was ist dein Redflex, Bruder? Wenn sie größer ist, kleiner als ich ist. Also, wenn sie kleiner als dies ist? Ja. Bist du Jungfrau? Ja. Aywa, Mashallah, stabil. Okay, 1, 2, 3, dreht euch um. Guck mal. Ja. Komm, was gibst du dir? 1 von 10. 3, 3 von 10, ja. 3 von 10? Ja. Warum? Wo lang liegt? Ich weiß nicht. Was hat er an dem Auge? Schlägerei. Schlägerei. Oh. Oder Boxer. Stark. 3, sie hat 3 GG, Bruder. Was gibst du an sie? Bruder, ich gib sie... 1 von 10. Guck mal alle. Style und so aussieht. 1, weil ich habe eine Freundin. Ich habe einen in meinem Herzen, die fängt mit M. Achso, du, du hat jemanden in deinem Herzen? Ja, Bruder. Stark, 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 stark. Achso, das heißt, willst du ihr Instagram? Nein, Bruder. Nein? Nein, auch nicht. Kein Date? Nein. Das heißt, tut, tut, Leute, kein Date. Darf ich das Video auch öffentlich machen, Instagram, TikTok und so? Ja, kannst du. Ja, Bruder. Leute, das ist tut, kein Date. Der Brach hat eine Freundin. Ich weiß nicht, dass er loyal ist, aber der sieht so loyal aus. Stark. Stark.